Was man hier an der Stunde noch dazu sagen muss, ist so, dass die erste Mannschaft in Hessen einen Freiplatz bekommt, im Achtelfinale dazuzustoßen für den Hessen-Pokal. Und das ist in dem Fall vollständig sein. Von daher herzlichen Glückwunsch, im Achtelfinale einzusteigen in den Hessen-Pokal. Da der SVW in Wiesbaden aufgestiegen ist in die zweite Bundesliga, haben wir dieses Jahr einen zweiten Platz, der vergeben wird um die Verklebwertung und von daher auch Glückwunsch an die SVW zu uns, im Hessen-Pokal nicht sehr mitspielen zu dürfen.